Hey Leute und willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um Characters oder auch Buchstaben. Characters sind Buchstaben, also einfach Char. Und ja, warum erzähle ich euch dazu jetzt nochmal was Neues? Buchstaben sind ja relativ simpel. Naja, ein Buchstabe ist vielleicht relativ simpel, aber wie werden Buchstaben bei uns dargestellt und was kann man mit denen Lustiges alles machen? Das möchte ich euch heute zeigen. Also, normalerweise schreibt man Char A oder keine Ahnung, das hier ist eh der Name der Variable, der kann sich sowieso ändern, wie ihr Lust habt. Wir schreiben normalerweise Charakter oder gar nichts, falls es eine untypisierte Sprache ist. Und dann eine einfache Anführungsstriche, die findet ihr bei der Großschreibung und dann auf dem Hashtag. Da findet ihr die einfachen Anführungszeichen und die doppelten sind die hier. Die solltet ihr, in manchen Sprachen macht es tatsächlich einen Unterschied, für Characters benutzt man normalerweise die einfachen hier. Okay, und da kommt dann logischerweise nur ein Buchstabe rein, keine fünf Buchstaben oder noch mehr. Zum Beispiel in meinem Fall ein N für Nice. Okay, gut. Was wir jetzt damit machen können, ist, wir können es natürlich ausgeben. Jetzt ist natürlich aber das Interessante, wie wird dieses Ding tatsächlich gespeichert? Okay, ein Charakter ist tatsächlich auch quasi eine Ganzzahl mit 8 Bit. Also, wir haben 8 Bit und wir haben eine Ganzzahl. Was wissen wir daraus? Naja, wir wissen, dass 8 Bit und Ganzzahl eigentlich auch ein Byte ist. Und das bedeutet, diese beiden Typen sind eigentlich sozusagen dasselbe. Wir schreiben es nur anders. Also, es ist tatsächlich in unserem Arbeitsspeicher dann wirklich so, wir haben hier einen Buchstaben, der wird sozusagen wirklich als Byte repräsentiert. Was bedeutet, ich kann diesen Buchstaben auch als Zahl umwandeln und ich kann zurückwandeln. Und das ist ziemlich witzig. Ich kann mir jetzt hier nämlich zum Beispiel ein neues Byte C erstellen und kann dem Ding A zuweisen in vielen Fällen. Manchmal muss ich noch sagen, ich möchte das Ding casten. Dazu werden wir aber noch ein eigenes Video machen. Auf jeden Fall kann ich das Ding hier als Zahl darstellen bzw. ich kann auch eine Zahl in Buchstaben umwandeln. Und wie funktioniert das? Wie soll das klappen, wenn ich einfach Zahlen in Buchstaben umwandeln kann? Wo kommen wir denn da hin? Naja, der Trick ist, dass es eine Tabelle gibt. Wirklich einfach eine 1 zu 1 Tabelle, wie diese Buchstaben in eurem Arbeitsspeicher dargestellt werden. Und diese Tabelle sehen wir hier. Das sogenannte American Standard Code for Information Interchange. Kurz ASCII. A-S-C-Doppel-I. Seht ihr hier oben ASCII-Tabelle. Ähm, diese wunderbare Tabelle sagt euch die Zahl so und so viel. Also 0 ist null. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, Zahl 119 ist ein kleines w. Achtung, wir haben hier oben Dezimal, Hexadezimal und Oktalsystem. Ähm, das bedeutet, wir müssen hier immer vorne gucken, wenn wir uns hier eine Zahl angucken und hier reinschreiben, weil die immer als Dezimal interpretiert wird. So wird tatsächlich hier, ähm, umgewandelt, also 1 zu 1 zwischen, ähm, zwischen Zahl und Buchstabe rübergeschaukelt sozusagen. Jetzt sehen wir hier, dass wir bei 127 am Ende sind. Ähm, das liegt daran, dass wir tatsächlich hier, ja, nur so wenig Zeichen brauchen, mehr haben wir nicht. Jetzt denkt wahrscheinlich der ein oder andere, hä, what? Es gibt auch Unicode, da gibt es sogar Smileys und arabische Schriftzeichen oder sowas. Das stimmt, aber Unicode sind zu viele, die passen nicht in Byte und die werden deswegen mit einem kompletten String, ähm, gemacht. Und ja, das schauen wir uns dann einfach an, wenn es soweit ist. Okay, aber jetzt mal ganz kurz. ASCII-Tabelle ist sozusagen das A und O, was wir hier für Buchstaben und Zahlen brauchen. Das heißt, wenn ihr irgendwie 100, keine Ahnung, 118 oder sowas benutzt, dann habt ihr ein kleines V und so weiter und so fort. Okay, so jetzt wissen wir, wie wir diese Zeichen in Buchstaben, äh, diese Zahlen in Buchstaben umwandeln können und wie wir es intern repräsentieren. Und das ist auch schon alles, was wir zu Characters wissen müssen. Ähm, ja, es sind einfach quasi Zahlen, die aber für uns eine angenehmere Darstellungsart haben, wenn wir ein Buchstaben draus schreiben. Aber intern, wie gesagt, einfach ganz stinknormale Zahlen. Okay, und wie wir dann später zu Zeichenketten, also tatsächlich Ketten von Buchstaben kommen, das werden wir uns dann im nächsten Video, beziehungsweise irgendwann demnächst angucken, weil ich noch nicht weiß, ob wir das, nee, wir machen das nicht nächstes Video. Okay, dann war's das und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, eher kurz diesmal, aber okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.